Taibor 89. Deine Let's Plays für Tage, wenn es mal nicht so läuft und alle anderen Tage auch. Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Ich heiße dich ganz genau. Dich an deinem altertümlich ermutenden Empfangsgerät. Herzlich willkommen zurück zu The Nightfall, die siebte Folge. Und ja, in der letzten Folge begegnete uns der Eiswagen des Clownesses. Oh, Clown ist aber mal so richtig in real. Und diese... Warte mal, kann das sein, das... Ne. What the fuck? Was ist das da für ein Beginn? Ich komme noch nicht mal zum Reden. Lass mich ran an die... Mist. Was? Hilfe? Angst? Was war das? Was war das für eine Tür? Okay. Aber das Wichtigste ist, wir hatten eine Pizza im Ofen. Ja, sicher. Ja, sicher. Jetzt schauen sie nicht so. Eine Pizza im Ofen. Das war lecker. Ah, hey. Das war nicht nur lecker. Das war auch verdammt nochmal gut. Sehr schön, junge Dame. Du bist gestärkt. Das höre ich gerne. Äh, what the fuck? Was soll der Quatsch? Okay, nee, nee. Die, 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 die... Diese Pupel, ja, die saß schon da. Die ist gar nicht neu. Okay, aber... Trotzdem... Das scheint mir aber recht neu zu sein. Wir lesen uns das mal durch. Ich weiß, wo du deine schmutzigen Filme versteckt hast, Frederic. Schäm dich nicht. Ich mache meine eigenen. Frederic erwischt, würde ich mal sagen. Und stimmt, das kam nämlich auch noch in der letzten Folge vor, dass diese Person, ich vermute mal, es ist der Clown, meinte, er möchte gerne eine Filme machen und bei dem soll ich mich ausziehen. Aber dann habe ich ihm unmissverständlich klargemacht, dass dieser Körper nicht dazu gemacht ist, um aus Klamotten zu hüpfen, sondern er lässt aus Klamotten hüpfen. Standest du auch schon immer hier? Warte mal, was ist los mit mir? Warum? Ich kriege jetzt mittlerweile vor allem Schiss in der Buchse. Anscheinend wären wir wieder an dem Punkt, dass wir sagen können, das Spiel macht einiges richtig. So, offensichtlich macht es einiges richtig. Oh, what the fuck, ey. Da hatten wir auch schon richtig. Oh nein, sag mir nicht, dass der Strom jetzt auch noch ausgefallen ist. Nein. Na. Was sind das für Geräusche? Oh, wie sehr ich dich hasse. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, wie es jetzt auf YouTube aussieht, aber ich habe für meine Verhältnisse erst mal genügend Licht. Warte mal, was ist das denn? Ich habe schon zehn Streichhölzer. Ja, das konnte ich jetzt nicht direkt sehen, dass du Streichhölzer meckern mich nicht an. Ja, what the fuck. Jetzt drehst du dich hier hin. Jetzt drehst du dich hier hin. Und jetzt habt ihr es gehört. Das war so ein Nasenhupen. Und so eine Clownsnase. Nasenhupen. Ja, ja, es war ein Nasenhupen. Wenn wir gerade schon bei Nasenhupen sind, ich hätte auch noch gerne so einen dicken Humpen. Einen dicken Humpen hätte ich auch gern. Ich habe mich so das Nasenhupen daran erinnert. Gibt zwar gar keinen Sinn, aber what the fuck, warum nicht? Natürlich ist es unsere Aufgabe hier wieder. Na, what the fuck, irgendetwas Neues. Tür. Oh no. Du saßt noch nicht immer hier, Frau Maus. Du bist neu hier. Das tappen wir auch, ne? Ja, ja, ja. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, hält die Klappe. Ich weiß doch, ich habe es doch schon. Ich habe es doch schon. Es ist doch nur die Aufregung in mir, die gerade alles vergisst. Menschens. Okay. Ja, der Gerät. Mein Gott, ist das. Ja, aber ich habe doch nicht alle Fenster sperrangelweit aufgemacht. Das wüsste ich doch. Das war ich nicht. Der Zelt ist, glaube ich, neu. Ich kann hier nicht sitzen und warten, bis die Polizei sich meldet. Ich rede noch einmal mit den Nachbarn. Irgendwo müssen unsere Kinder ja sein. Oh no, es spitzt sich zu. Wir sind wohl noch immer im Urlaub. In der übrigen Straße müssen alle da sein. Jetzt ist der Strom ausgefallen. Da sind sowieso alle auf dem Hut. Ich gebe nicht auf. Ich finde unsere Kinder. Warte hier auf mich, wenn du zurück bist. Hilfe. Ich höre doch irgendwas. What the fuck? Ich dachte, ich gucke mal raus. Die Frage ist auch, warum erleben wir das denn alles gerade so nach? Wir erleben ja das quasi nach, was wir auch irgendwie in diesen Zetteln lesen. Aber diese Zettel, die sind ja asperch uralt. Das war doch eine andere... Okay. Ja. Warum erleben wir genau das, oder fast genau das gleiche, wie das, welches wir lesen? Boah, Alter. Was soll denn der Schmuck? Ich habe schon zehn Streichhölzer. Ich habe schon zehn Streichhölzer. Es ist zwar der Strom ausgefallen und jetzt bräuchte ich gefühlt rum, endlich um eine Milliarde Kerzen anzumachen, aber eigentlich reichen mir zehn. Die sind ja auch ziemlich schwer. Das sind ja auch riesige Streichholzschachteln. Ich bin's übrigens, Tina von Bibi und Tina. What? Madrushka. Ey, du bist doch... Wollt ihr mich verarschen? Diese... Ding stand doch... Niemals. Niemals. Du bist neu. Na? Verzeiht mir, der alter Mann ist... ...irgendwie müde. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist überhaupt? Jetzt bin ich wieder wach. What the fuck? Okay. Wir haben jetzt zwei neue Zettel gefunden und wir haben dabei keine halbe Stunde übersprungen. Was ist hier los? Was macht das Spiel? Es ist auf einmal völlig anders. Okay, okay, okay. So, let's get into this wonderful... Dafür, dass hier überhaupt kein Licht einfall ist, ist das hier trotzdem ziemlich hell. Das Wichtigste funktioniert noch, dann ist ja gut. Und hoch auf die Mechanik. Nein, das geht nicht auf. Okay, okay. Ich mach mal die Teilchenlampe an. Weil ich gar keine Angst hab. Was ist da drin? Hatten wir auch. Was sind das für Geräusche? Was sind das für Geräusche? Ich frage euch, ihr Leute, was sind das für Geräute? Ich habe bereits fünf Kerzen. Ja, dann lasse doch da liegen. Ist ja nur ein Stromausfall. Ey. Trula. Was ist los mit dir? Stromausfall. Bepackt dich. Hilfe. Hilfe und ein dreifaches Watzefug. Ein dreifaches Watzefug. Können wir wohl nie wahr sein. Was soll denn noch neu sein? Was soll ich hier denn noch entdecken hier im Start of the Nightfall? Hm? Alter, ich hab... Keine Angst. Oh, nein. Die habe ich wirklich... Alter, Matruschka. Ich nenn... Ja, okay. Wer zum Fick ist dran. Mist. Oh Mann, warum fühle ich mich immer unwohl, oder? Können wir das mal jemand erklären? Ich finde, es gibt überhaupt keinen Anlass dazu. Überhaupt keinen Anlass zum Unwohlgefühl. Weißt du was? Jetzt machen wir die mal zu. Jetzt soll der gar nicht mehr reinkommen. Der nervt. Der olle Klon. Der olle Klon, ne? Ja, wo haben wir denn noch etwas Schneuesch? Hm. Nee, hier haben wir... Ah, du elendes Biest. Mann. Alter. Kichert. Das dämmliche Püppchen da einfach. Hier, mein Hals. Habe ich jetzt gerade hier reingeguckt? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht. Die Toilette ist immer noch riesig. Ah, tot wie ein Halsschreck. Nein, das ist auch nicht neu. Verdammt. Die Frage ist, ich denke mal, wir müssten jetzt wieder ein Zettelchen suchen. Aber ich habe doch schon zwei neue Zettelchen gefunden. Das ist so unüblich für das Spiel. Was? Was war das denn jetzt? Schon wieder so ein Scheiß Kichern. Das kann ich dir versichern. Dieses doofe Kichern. Ähm, macht mir gar keine Angst. Verstanden? Ob du da verstanden hast! Meine Herren. Naja, okay. Ich habe Jerry da noch. Ah, what the fuck. Interessant mit Zeitdrehen. Na komm, popel da mal rein. Sorg mal für Licht. Hm. Hm. Vielleicht hier hinter irgendwo? Nö, natürlich ist ja. 100% Lautstärke. Die machen sich bezahlt. Die Ohren tun ziemlich weh bei diesem Donner. Aber Niveau. Will nicht meckern. Guck mal, hier ist sie jetzt nicht mehr. Was ist da jetzt? Okay, hier ist das Schneiderpipgen auch nicht mehr. Wir wollten sie doch lieber von Matruschka nennen. Sollen wir mal das Schneiderpipgen dann wieder suchen? Jetzt müssen wir einfach das Schneiderpipgen verfolgen. Oder ist hier noch irgendwas? Oh, diese Geräusche. Oh, diese Geräusche. Ich schneidepipgen, so bist du. Ich schneidepipgen, so bist du. warte, die ist jetzt in der Garage. In der Garage. Oder wartet hier auf mich. Nein, hier ist sie nicht. Aber irgendwelche komischen Geräusche. Aha. Komm her, Schneiderpipgen. nicht dann. Mach die Funzel an. Schneiderpipgen. Oh, 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 oh. Du bist neu. Du bist neu und du bist groß. Und wenn du mich gleich beißt, werde ich wahrscheinlich zu Captain Spiedermann. Komm her, ich kann nicht springen. What the fuck? Bist du wirklich neu? Habe ich dich noch nie gesehen? Warum hänge ich fest? Warte, du bist dreieradig. Ich will dich gleich. Vielleicht drehe ich dir hier aus. Rauch raus. Was ist das für ein Geräusch? Was soll ich mir sagen? Ich sehe das Schneiderpipgen doch gar nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht, das Schneiderpipgen. Hey, aber das mit der Tür, das hat uns doch jetzt, also es hat uns nicht weiter, nö, das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es hat uns weitergebracht. Aber es war etwas Neues. Na sag mal, schaue ich mich hier schon wieder viel zu wenig um? Ich laufe doch schon durch das Haus. Was willst du? Was will dieser Scheiß-Clown von mir? Was will der verdammte Clown? Wo ist diese Sau? Wo ist diese Sau? Mach mal lieber die Taschenlampe aus. Vielleicht hier nochmal. Hier habe ich mich eigentlich gar nicht gerade umgeguckt. Ah. Das ist nicht neu, das ist nicht neu, das ist gar nichts. Mensch, das ist gar nichts. Dann vielleicht doch jetzt nochmal oben? Ah. Ah, ist das absurd. Ah, dieses elende Bach. Hi, Jerry, ich finde toll, dass es dir noch gut geht und dass du nicht wieder im Backofen steckst. Mit komischen Gestalten abhängst. Echtes Tra... Also, bin ich direkt in den Sitzsack gelaufen. Ich all das Mastvieh. Ja, ich wollte jetzt nochmal gucken, ob hier vielleicht doch mal was drauf liegt, aber... Nein, so hold ist mir dieses Spiel nicht. Aber hier kann doch nichts Neues drin sein. Mensch. Dann bin ich schon das 500.000. Mal gewesen. Was war das hier nochmal? Ja, perfekt. Mein Lieblingsspiel. Ja, mein Lieblingsspiel. Mein absolutes Lieblingsspiel. Okay. Aha. Aha. Ist das ein Hinweis? Dass diese Tür hier jetzt so einfach ausfragen, ist das ein Hinweis? ist das ein Hinweis? Was ist das? Was ist das? Das sieht nicht so aus, ne? Vielleicht doch mal hier in den Gerätschaften gucken. Nope. Nope. Die Wände kurz doch mal antickern. Nein. Auch nichts Neues. Den Zettel, den haben wir schon eine Milliarde Mal gelesen. Na dann nicht. Na dann nicht. Wer nicht will, der hat schon. Krass. Die Tür auf. Ja, Typ. Das funktioniert nicht mehr. Leiter Versuch, aber. Oh, man. Dass allein die Schneiderpuppe jetzt weg ist, das sorgt bei mir für Hals. Was hat das mit diesen verdammten Türen auf sich, dass die auf einmal aufstehen und dann, wenn ich da hingehe, zufallen? Ich gucke einfach nochmal hier drin. Vielleicht findet sich ja doch hier drin etwas Neues, aber das wäre schon oberfies. Aber Wände mal abgucken. Nein. auch nichts Neues, Ladies and Gentlemen, auch nichts Neues. Oh, ich dachte schon, die Tür wäre wieder auf. Alter, wo ist die Schneiderpuppe? Ah, was will diese Sch... Hm, ist das angenehm. Hm, beneide dich gerade, die Viktoria. Ich würde hier auch gern abstellen. Hör auf, Mann. Und schon wieder in einem Raum, der nichts Neues beherbergt. Schande, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, und die Olle kann natürlich auch... Warte, da ist ein Geräusch. Hallo? Hallo? Na dann nicht. Wer nicht will, der... Ich weiß, wie es ist. Aber auch hier immer noch nichts. Aber Taibor, einfach mal genauer gucken. Was weiß ich. Mach an. Ja, mach an ohne Strom. Ja, ja. Hier, hier ist übrigens... Mein Schmitz-Name ist der Schlaue. Ja. Wirklich. Okay. Vielleicht hier mal die Maragoni-getäfelten Wände anstarren. Aber das bringt auch nichts. What the fuck? Was soll das mit den Türen? Verflucht noch eins. Was soll das mit den Türen? Das hat mir aber auch schon, ne? Das ist ja eine schöne Erfindung, diese Mikroquellen. Ja, ja, ja. Hören Sie auf. Es reicht. Es reicht. Es reicht. Was hat das jetzt mit diesen verfluchten Türen auf sich? Dass die andauernd hier aufstehen. Verdammt noch eins. Und dabei hatte ich jetzt am Anfang der Folge noch so dieses Gefühl so, ey, das läuft... Ja gut. Ich hatte eigentlich genau das richtige Gefühl. Ey, das läuft viel zu gut. Kann doch nicht angehen. Klar, und dann stehen wir schon wieder auf dem Schlauch. Weil dieses Spiel einfach ein fieser Möp ist. Okay, wir schauen uns deshalb einfach noch mal ein Beine Spiecherli um. Wie die ganze Zeit eigentlich. Also ich weiß auch gar nicht, warum ich das immer erwähne. Ihr wisst ja, was als nächstes folgt. Ich hab ja wenig bis gar keinen Handlungsspielraum. Mein Handlungsspielraum erstreckt sich vom Durchsuchen bis hin zu dann Nicht-Finden. Was war... Was war das jetzt? Alter, was war das jetzt? Bist du neu? Wenn ich von einem Kollegen bei der Stadtverwaltung erfahren habe, sind gestern Abend nicht nur alle Telefone, sondern auch der Strom ausgefallen. Weiß ich nicht mehr. Das alles bei tosendem Gewitter. Die Verwirrung war perfekt. Da hätte man vermutlich eine Bank ausrauben können, ohne dass jemand das merkt. Oder Schlimmeres. Oh no. Nein, das hatten wir noch nicht. Verdammt noch eins. Es war eine extrem lange Suche. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, es ist ein relativ großes Haus und so ein Zettel hat vielleicht so die Maße von lasst es 13 mal 25 Zentimeter sein. Dagegen ist dieses Haus schon groß. Wirklich sehr, sehr groß. Also deshalb entschuldige bitte, wenn ich da meistens lange auf der Suche nach den Zettelchen bin. Boah. Aber meine Damen und Herren, ich glaube, es wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Alleine von der Länge. Ich meine, klar, es hätte einfach mehr Content sein können. Seien wir ganz ehrlich, aber in diesem Spiel ist so viel mehr nicht drin, außer immer wieder Schockmomente und man sucht sich weiter um. Also wenn euch da zu wenig ist, dann ist das absolut das falsche Let's Play. Aber falls das genau das Richtige für euch ist, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit einschaltet und falls du neu auf dem Kanal bist, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du mir ein Abo dalässt und du wirst es ja, mein Name ist Taibor und ich bin verflucht noch eins. Raus aus dieser Nummer. Ciao. Ja, ich weiß, wir wollen mehr von diesem Taibor. Und wir kriegen mehr von diesem Taibor. Denn halt den Namen Taibor. Und wir wollen nicht mehr von diesem Taibor.